So, willkommen, willkommen zurück, zurück hier bei Borderlands und bei Frau Lück. Und einen Moment, das sieht jetzt nicht gut aus. Komm her. Der Falkenheimel hilft uns noch ein bisschen her. Ah, Mist. Okay. Ich hab's echt drauf. Nur irgendwie läuft's im Moment nicht optimal. Also die Mission hat's echt in sich. Ah, die kann ich nehmen. Das ist gut. Wie sieht's hier aus? Da kommt noch einer. Was ist der für ein Level? 26. Okay, komm her. Und tschüss. Dann gib mir mal das. Sehr schön. Was haben wir hier? Ha, fantastisch. Kohle, 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 Kohle. Eigentlich. Müsste ich jetzt hier rüber gehen können. Nicht, dass mir noch jemand in die Hände fällt. So. Und? Oh ja. Die nehme ich trotzdem mit. Ist ja logisch. Und die hier? Die würde ich austauschen. Die Rifle würde ich austauschen gegen die hier. So. Was haben wir hier noch? Und die. Genau. Da haben wir ein guter Schuss. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Da haben wir hier noch. Also heute müssen wir uns so rumdrehen. Sonst sehen wir ja nicht, was drin ist. Das ist hier noch ein Tütschen. Da. Check. Fantastisch. So. Und jetzt können wir eigentlich ganz geschmeidig nach da oben gehen. Ah, hier. Oh, schön. Oh. So viele Sachen. Zählen wir gerade fest. Meine Fresse. So. Jetzt können wir da runter noch. Oh. Hier kann man noch plündern. Das ist gut. Nehmen wir mit. Haben wir schon. Kohle, 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 Kohle. Oh, hier. Kurz brauchen. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch jemand rauskommt hier. Ne. Ah, da ist noch eine Kiste. Schön. Pflup. So, wie sieht es denn jetzt allgemein aus? Das Fragment. Level 25. Ja, wir gehen jetzt da durch. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Chroms Canyon. Sieht gefährlich aus. Hm, mal einen Schluck Wasser nehmen. Oh. Huh. Oh. Kommt mir vor wie Rage. 25. 25. Gut. Hä? Wie weit ist es denn? Natürlich bis zum Schluss, oder? Ach du Scheiße. Das ist ja ewig. Da geht's hoch. Das machen wir mal. Dann gehen wir hier hoch. Gucken mal. Das muss doch irgendwas bringen, dass man hier so im gefährlichen Teil des Landes ist. Allein der Musik macht mich schon wahnsinnig. Nee, da ist niemand. Aber... Hier gibt's auch nicht viel Kohle. Wir müssen da lang. Auto kaufen ist hier nicht. Hm. 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 Nichts. Na gut. Dann wollen wir mal. Banditenräuber. Gut, gut, gut. Gut zu wissen. Ich hab ne Idee. Wie viel Geld hab ich? 163.000. Ich mach mal folgendes. Ich kauf mir mal. Was ist da mit? Hab ich schon. Ich kauf mir mal noch was. Und zwar ein Deck für meine Rifles. Wenn du erst auf genügend Pästchen triffst, wirst du froh sein, dass Beste gekauft werden. Rocket, Granate, Combat Rifle, Sniper Rifle, Combat Rifle. Ja. Für 60.000. Uh, das war aber teuer. Haben wir aber auch gleich voll. So, dann wollen wir mal. Aber die hat nur 12 Schuss. Hä, hä, hä. Scheißen, Dreck. Gut, wir probieren's. Wo ist der Sack? Dort ist er. Wieviel sind das? So, kommt mal her. Oh, oh, oh. Oh, es geht schon los. Komm, warte, 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 warte. So, okay. Alles klar. Mist. So. Wo war der dritte? Hinter mir. So. Oh. Das ist Blödsinn. Ah, da war noch was. Guck mal, guck mal, guck mal. 66. Jetzt müsste ich mal was ändern. Was haben wir hier? 68. 8. 58. Longbow. 63. Sehr gut. 1. 1. 2. 2. Nachladen. Gott sei Dank. Nachladen. Komm, komm, komm. Oh, die lädt schnell nach. Das ist gut. Wie viel brauchst du denn noch für den nächsten Level? Bewegt einen! Ha, ha, ha. Komm, der nächste. So macht man das. Komm, komm, komm. Kleine Säcke. Warte mal, was ist denn hier noch? Haltest du nicht irgendwas liegen lassen? Nee. 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 Die Bulle ist gut. Die brauche ich nicht. Ah, ich könnte wieder... Oh, Granaten... Fuzzi. Oh. What the fuck ist da geflogen? Wo sind wir denn schon? Noch nicht mal auf der Hälfte. Ach, du Schande. Okay, weiter geht's. Wat, wat, wat? Ach. Einmal, und? Ich hoffe, kommt keiner mehr raus. Aber die 175 Dollar wollte ich mitnehmen. So. Mitgenommen. Hier sind so viele Fässer. Da ist noch eine Kiste. Die stört mich aber nicht. Hier ist nichts weiter. Irgendwo sind jetzt weh, Gegner. Hm. Die sind weit weg. Weiter geht's. Hahaha. Hahaha. Was willst du alles nicht? Gegner. Glaubst du, dass du hier... Was ist da los? Achtung. Wind. Wind. Oh, komm mal her. Ach, ist die geil. So. Kleines Arschlach. So. Die ist natürlich... Auch super. Halt. Oh, nein. Dann werden wir was anderes wegschmeißen. Hm. 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 Shit, die kann ich aber ohne schliegen lassen. Quatsch. 21 von 21. Myrschlach. Ach, quatsch. Was ist das? Hm. Was ist das? und das hier das wegwerfen okay dann kann man nämlich die waffe nehmen ja